Hey, ich bin's, eure Gaming-Kati und heute machen wir mal wieder ein Video und das ist schon das dritte Video, das hintereinander kommt. Also im Sinne von, dass ich schon seit drei Wochen jedes Mal ein Video mache. Das ist voll toll. Ja, ich mache ein Video, wie man halt herausfindet, wie man diesen Johannes bekommt. Und ja, in Animal Crossing New Leaf ist es halt total anders und nicht so wie in White Bird. Und zwar kriegt man die Goldachs auch komplett anders und man braucht halt diesen Johannes eigentlich nicht. Und ja, wie dieser Johannes kommt, ihr müsst halt ein bisschen hin und her schwimmen und nach einer Kammmuschel suchen. Und dann müsst ihr kommen und was er sagt, das weiß ich eigentlich nicht. Also er war schon mal bei mir, ja, aber es war locker schon ein halbes Jahr her oder so. Und ja, am besten wäre es, wenn ihr halt das in eurer Stadt macht, weil es geht nicht anders. Wenn ihr auf der Insel seid, kommt er nicht. Und wenn ihr halt über Online-Modus oder Lokal-Modus irgendwas macht, dann kann er auch irgendwie nicht kommen. Äh, ja, das heißt, wir schwimmen, schwimmen. Was? Oh Gott. Johannes, wo bist du? Mein Gott, ich habe sie in sich. Das hat jetzt ein bisschen lang gedauert. Ich wollte euch sagen, die Kamuschela kennt ihr daran, dass sie sehr schnell ist. Das heißt, ihr müsst sehr schnell hinterher kommen. Und ihr seht, da hinten ist jetzt dieser Johannes und ist ein bisschen stalkerhaft. What the holy shit. Und jetzt liest... Jetzt redet er. Hey, Mann. Wie wär's, wenn du mir deine Kamuschel gibst? Hm? Äh, hier bitte oder nichts da. Und ich mach mal auf hier bitte. Danke, Mann. Okay. Warte. Hier, ich geb dir was Schönes dafür. Soll ich dich auch an meiner endlosen Weisheit teilhaben lassen? Uh, haha. Okay. Wer ständig verplant ist, der plant nicht richtig. Mann. So ist das. Mann. Oh Gott. Peace. Äh. Okay. Warte. Hä? Okay. Ich glaub, der war mal dort hinten. Der schwimmt da jetzt irgendwie weg. Ähm. Auf jeden Fall hab ich das nicht gecheckt. Wenn ihr das checkt, dann sagt mir mal, please, was damit gemeint ist. Äh. Ja, verplant. Okay. Ich bin verplant, weil ich zu viel aufschiebe. Äh. War der nicht hier? Äh. Äh. Es ist weit, weit weg. Oder in der Ecke. Auf jeden Fall ist das komische etwas immer hier rechts oder links. Oder kein Plan. Und äh. Dann könnt ihr ihn eigentlich theoretisch hinterher schauen, aber keine Ahnung, was dann passiert. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's mit dem Video. Äh. Ich weiß nicht, ob ich das Big Trick nennen kann. Ich glaub, das wird doch kein Big Trick. Das ist einfach nur ein Standard-Video. Und äh. Ja. Dann würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns. In der Videobeschreibung ist halt ein Link zu meinem zweiten Channel. Ähm. Und. Das wär's denn eigentlich auch. Ähm. Nein. Verpiss dich. Das habt ihr nicht gehört. Tut mir leid. Ähm. Ja. Dann würde ich sagen, ciao. Wir sehen uns. Und. Bis denn.